Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Crew Chronicles 2. Wir sind beim letzten Mal hier in Agentum angekommen und werden hier unsere Reise auch erstmal fortsetzen, denn das ist hier schon wieder alles so umfangreich und es gibt so viele neue Gesprächspartner und alles und überhaupt, dass ich beim letzten Mal hier meine komplette Umrundung nicht geschafft habe, aber wir werden das hier heute mit großer Wahrscheinlichkeit abschließen. Hallo TV TV. Zylinder ist alleroberwichtigstes Ding für Bergungstaucher. Kein Zylinder, kein Bergungstauchen. Ausbeute von Tauchgang ist auch auf Goldmund je nach Bergungspunkt anders. Gibt Bergungsteck hier, gibt Flugdeck von Goldmund und gibt auch nochmal Strom. Ich muss gerade mal ganz kurz überlegen, war ich überall schon Bergungsteck hier? Ja, das war der erste Bergungstauchspot, den ich hier gefunden habe. Flugdeck bin ich mir gerade nicht sicher und auf der Malstrom? Kein Plan. Freunde sollten immer an vielen Orten nach Schätzen suchen, aber manchmal kommt auch gar nicht Schatz aus Wolkenmeer, sondern super fies gruseliges Monsterviech. Also bleibt TV TV lieber hier, ist viel schöner als in Magen von gruseligem Monster. Ich dachte, er sagt jetzt im Bauchi Bauchi, aber Magen ist auch okay. Der eine sagt so, der andere sagt so, hey Bro Bro, na? Ja, bester Name. Was ist los? Bro Bro hat beim Bergungstauch einen ganz besonderlichen Hilfskern geborgen. Oh, jetzt wird es interessant. Aber weil Bro Bro kein Meister ist, bringt auch Tollix da Hilfskern nichts. Deshalb kriegen Freunde Hilfskern als Geschenk. Hopp, hopp, schnell ausrüsten. Ist sicher perfekt für Klinge, die in letzter Zeit oft bei großen Prügeleien mitmacht. Okay, danke. Äh, okay. Massenprügelei Mythra. Kann das jetzt auch nur Mythra tragen? Oder was ist da los? Warte mal, das müssen wir uns jetzt mal eben ganz kurz angucken. Komm, Pyra, du bist ja im Grunde genommen so eine abgewandelte Form von ihr. Alter Vater. Ja, ich glaube, sowas haben wir noch nicht. Aber warte mal, ich will trotzdem mal ganz kurz gucken, ob das auch irgendwer anders tragen kann oder ob das jetzt Pyra-exklusiv ist. Nö, das könnte theoretisch jeder tragen. Werde ich jetzt trotzdem erstmal niemandem geben, weil die kritische Trefferrate jetzt nicht Prio 1 hat. Aber wenn ich mich in aller Seelenruhe irgendwann mal wieder da durcharbeite, durch meine Hilfskern-Sammlung, sage ich mal, dann werde ich das sicherlich dem einen oder anderen geben. Na, haben Freunde Spaß mit geschenktem Hilfskern? Ist ganz besonderiger Hilfskern. Hilft beim Wegkatapultieren von Gegnern. Boom. Okay. Irgendwie ist der niedlich. Stimmt gar nicht. Kern ist doof. Frechheit ist wirklich ultimatives Geschenk von Bro-Bro gewesen. Ich werde dich schon allein deshalb niemals vergessen, weil du einfach den lustigsten Namen von allen hier hast. Und dann schenkt er uns auch einfach noch was. Sag mal, haben wir in der Vergangenheit hier irgendjemandem geholfen, dass wir das jetzt bekommen? Oder macht er das immer? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass die Leute, die so ein Pokalsymbol an ihrem Schädel haben, dass ich die einfach immer anspreche. Was machst du da, Kumpel? Nicht springen. Alles wird gut. Ich kann dir helfen, okay? Alles wird gut. Boah, der sieht ein bisschen aus wie Siegmeier. Aus Dark Souls. Vom Big Daddy zum Siegmeier. Irgendwie sind das so lustige Kreuzungen aus beiden Varianten. So, ich würde mal sagen, die Ecke hier haben wir durch. Dahinter dieser Tür, das ist mir schon relativ früh am Anfang aufgefallen, da gibt es noch einen Schatz, den man durchsuchen kann. Und ich weiß bis heute nicht, wie man da hinkommt. Oder waren wir da schon drin? Und ich habe nur erkannt, dass ich den noch nicht öffnen konnte. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass man über diese Tür hier reinkommt. Oder man muss sich oben irgendeinen Weg ausgucken. Oder ich muss übers Wolkenmeer rein. Ich bin hier nämlich auch noch nicht in die Wolken gesprungen und habe mein Glück versucht. Hier war ich beim letzten Mal schon. Ich war mir nur nicht sicher. Habe ich eigentlich was davon, wenn ich die restlichen Beträge auch noch auswähle? Nee, ne? Ich würde, glaube ich, wenn ich auf die 30.000 springen würde, würde ich dann wahrscheinlich sogar 60.000 wieder zurückbekommen eventuell. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es auch nie rausfinden, weil ich nicht mutig genug bin, das auszuprobieren. Hallo, Hele, Hele. Poponin kam zurück mit Gesicht wie verschrumpelte Kartoffeln. Hele, Hele hat Poponin noch nie so erschöpft gesehen. Ist offenbar in gemeinen Riesensturm geraten, von Torna attackiert worden und vieles mehr. War sicher schlimm. Oberpron Bahner ist schon seit Tagen beschäftigt mit Durchlesen von Katastrophenbericht. Okay. Äh, übrigens, ich wollte ja eigentlich für die nächste Aufnahmesession, die ich jetzt aktuell hier habe, den DRC-Code installieren. Habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich das sehr zwischen Tür und Angel aufnehme. Und bitte das zu entschuldigen. Ich werde das dann versuchen, für die nächste Aufnahmesession zu machen, weil ich will mich da auch nicht hetzen, sondern mir das in Ruhe angucken und durchlesen und alles. Und überhaupt, für mich ist das immer so, halt so ein bisschen was Rituelles, ein neues Spiel zu öffnen und sich das alles anzugucken und so. Auch wenn du heutzutage in den Verpackungen nicht so viel drin hast wie früher, aber trotzdem. Hallo Hargal. Äh, nun was ist? Bahner hat in letzter Zeit so viel um die Ohren, dass er uns weder als Sekretärin noch als Tänzer beschäftigt. Und da wir kein festes Grundgehalt haben, herrscht in unseren Geldbeuteln zur Zeit gärnende Leere. Ziemlich heikel das Ganze, was soll ich bloß tun? Ich würde mir eine andere Anstellung suchen. Also auch so einen launenhaften Chef, der mich mal bezahlt und mal nicht, hätte ich ja auch keinen Bock. Such dir lieber was Festes. Gute Frau, das ist mein Tipp. Kruja. Äh, nur wie geht, wie steht. Ich nutze jede freie Minute, um gemeinsam mit Hargal neue Tanzschritte zu üben. Hargal hat wirklich Talent. Sie ist eine richtig tolle Tänzerin. Ich muss mich immer total anstrengen, um mit ihr mitzuhalten. Aber so gut wie sie werde ich wohl nie. Seine Leidenschaft zum Beruf machen zu können, das ist ein Geschenk. Wichtig ist nur, dass ich topfit bleibe. Also gut, die scheinen beide wahrscheinlich so ein gewisses Talent dafür mitzubringen. Und hier in der Agentum wirst du wahrscheinlich auch nicht so viele Chancen haben, mit dieser Berufung, mit diesem Talent beruflich Fuß zu fassen. Aber die können sich doch selbstständig machen. Sollen die ihren eigenen Laden aufmachen. Und wenn die wirklich so gut sind, dann wird das hier laufen. Also ich habe hier kein Etablissement oder sowas gefunden, wo irgendwie Tänzer zu sehen waren. Also, naja, mal gucken, wohin deren Reise noch führt. So, ihr wart damals diejenigen, die mir meine erste richtige Nebenquest gegeben haben. Ich erinnere mich dunkel an unser Versteckspiel. Gibt's was, ähm, gibt's was Interessantes zu erzählen? Wo, wo, wo wird ja immer übersehen. Hat das neulich ausgenutzt für Schleichi Schleichi an Bord von Malstrom. Hat da hübsche feinen Bergungsdings gefunden, wo Freunde Tauchitauchi machen können. Ist Geheimbereich bestimmt kaum bekannt unter Bergungstauchern auf Goldmund. Gibt sicher feine Schätze. Okay, wo genau soll das jetzt gewesen sein? Äh, Das mit dem Abhörmodus kennen wir schon, ne? Äh, wird immer übersehen, ausgenutzt Schleich, Malstrom. Komm ich da überhaupt noch auf? Müsste ich mal gucken. Aber vielleicht waren wir da auch schon und ich hab da Bergungstauchen gemacht. Hm, ich habe keine Ahnung. Bin mit null sicher. Hallo Aft, du hast einen sehr lustigen Namen. Tagchen, wie ist es? Ich böffelte wie ein Bekloppter, damit ich bald ein Meister werden kann. Schon klar, ein gewisses Grundtalent braucht's auch, aber kann ja nicht schaden, sich schon mal vorzubereiten. Wusstet ihr, dass man bei hoher Harmonie mit seiner Klinge stärkere Spezialtechniken ausführen kann? Hm, na schön, ich geb's zu. Das war einfachstes Grundwissen. Okay, ich, äh, wie wär's hiermit? Berührt man einen Kernkristall, der in Indol gereinigt wurde, sind die Chancen viel höher, mit ihm zu resonieren. Hm, das ist eine sehr interessante Information. Ich hab ja immer noch, ähm, Kristalle bei mir in der Tasche, ne, die, ähm, mit denen ich noch nicht resonieren kann. Und diesbezüglich könnte das interessant werden, wenn wir irgendwann mal in Indol ankommen, ne. Na gut, so, was kann ich für dich tun, kleiner Freund? Limuli, wir hatten auch schon das Vergnügen im Rahmen einer Sidequest. Tagchen, wie ist es? Hm, hallo, was für Zylinder nutzt Freund eigentlich für Bergungsarbeiten? Limuli versteht gut Zurückhaltung bei Kauf von Zylinder für wahnsinnig viel Katsching, aber mit Zylinder für viel Katsching kann Freund auch tollere Schätze finden, haben bessere Qualität. Darum sollte Freund lieber teuren Zylinder kaufen, wenn Katsching-Beutel voll genug ist. Ja, das hab ich inzwischen auch verstanden, aber auch nur, weil ich durch die Let's Plays Kommentare, von euch kriege, die mich da auch so ein bisschen hingebracht kriegen. Warum ist nicht hier eine Leiter? Hä? Seit wann kann man denn hier hochklettern? Ging das schon immer? Ne, das hättet ihr mir ansonsten geschrieben, oder? Konnte ich hier früher lang? Ich erinnere mich, also die Leiter war definitiv nicht da, also zumindest bin ich die definitiv nicht hochgeklettert, so rum trifft es wahrscheinlich besser, aber das müssen wir uns nochmal angucken. Da könnte es nämlich interessant werden. So, Fischi, Fischi, Kitoto, hier hab ich sogar die Urkunde schon. Das finde ich ziemlich töfte. So, ähm, was machen wir? Ich hab gar nicht mehr so viel Geld, ne? Ich würde jetzt trotzdem auf ein kleines Kontingent hier nicht verzichten wollen. Warum bist du so teuer, verdammt nochmal? Ich hab übrigens bei dem, ähm, schwierigen Kampf gegen Malos und Akos, äh, ganz vergessen, hier ging's früher nicht nach oben, das ist ein komplett neuer Bereich, der war abgesperrt. Hier beim Treppenbereich weiß ich das, das bestätigt mir nur, dass auch diese Leiter wahrscheinlich, ähm, beim letzten Mal nicht da gewesen ist, oder es wird gleich sehr interessant. Hallo, Etoto. Ich hab grad irgendwie Schatzspion oder sowas gelesen. Ja, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen und heißer, ne? Aber es ist heute wirklich relativ früh. Ähm, ich hab die letzten Parts ja immer am späten Nachmittag oder abends aufgenommen und das ist voll ungewohnt, dass ich um die Zeit mal wieder, ach, guck mal, da hinten, da hinten ist noch was, lass mich raten, da komm ich jetzt bestimmt auch irgendwie hin. Ich hab ja zwischenzeitlich ein bisschen was gelernt, ne? Kunde darf gerne langen Blick mit viel Sabber-Saber auf lecker Mampf werfen. Ey, diese Beschreibung, Mann, das ist so cool. Das ist so, mir wird sowas fehlen, wenn ich irgendwann mal mit dem Spiel hier durch bin, aber es wird noch dauern. Wie gesagt, ich hab ja relativ früh immer schon die ersten Fragen bekommen oder die ersten Bitten, auch den DLC mitzumachen und der wird, der wird kommen. Ich hab das Spiel viel zu gern, als dass ich dann nach dem Hauptspiel hier irgendwie einen festen Cut machen kann. Wir müssen uns nun trotzdem darauf einstellen, auch weil ich, äh, bald umziehe, beziehungsweise so mittendrin im ganzen Umzugsgetümmel bin, schon, ähm, dass ich eventuell mit dem Sendeplan wieder ein bisschen zurückfahren könnte. Also noch geht das, aber, ne, wird nicht, wird nicht ewig so bleiben, aber ich gucke, dass ich das bestmöglich gewuppt kriege und die Ausfälle minimiert halte. Okay, das war jetzt nicht so der Premium-Schatz, aber das Schöne ist, in der Agentum, wenn ich ein bisschen Glück habe, werde ich jetzt alles, was ich hier noch an offenen Schätzen habe, also, an offenen Schätzen klingt so doppeldeutig, ne, es würde da so eine offene Schatzkiste liegen und ich müsste nur reingreifen, ähm, ne, an Schätzen, die ich wegen fehlender Talente bisher nicht öffnen konnte, wäre ganz cool, wenn ich das hier alles, ah, Goldmund Wohnbereich, sieht irgendwie alles so ein bisschen orientalisch hier aus, ne, ich finde die Farben total schön, ähm, ja, wenn ich das hier alles abschließen könnte, boah, man sollte Sätze auch mal zu Ende bringen, wenn man sie beginnt, ne, wäre gar nicht so schlecht, äh, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich jetzt hier absuchen soll und da hinten darf ich den Mochichi, den darf ich nicht übersehen, den müssen wir auf jeden Fall besuchen, ey, Feuer auf Teppich, ihr seid sehr, sehr mutig, ihr seid sehr, sehr mutig, aber okay, müssen die hier entscheiden, guck mal, wenn man vom Teufel spricht, dann haben wir gleich den nächsten Schatz, Konzentration, oh, das reicht schon, ja, fein, ja, das habt ihr fein gemacht, meine Klingenfreunde, direkt ein Kernkristall aufbekommen, seltener wäre schöner gewesen, aber wir nehmen, was wir kriegen können, wir sind ja nicht so, oh, ich bin beim NoPorn Aerobic Kurs angekommen, lasst euch nicht stören von mir, ich gucke euch nur an, weil ihr so niedlich seid, nicht, weil ich mich über euch lustig mache, bin ja selber nicht viel Sportlicher, na, wobei inzwischen schon ein bisschen, was ist denn das, was bist du denn, du bist auf jeden Fall kein NoPorn, hat der Augen am Hintern, äh, äh, okay, ich verstehe dieses Wesen nicht, ich bin aber sehr fasziniert, es wird bestimmt irgendwann der Endboss des ganzen Spiels werden, ich sag euch, irgendwann will der die Weltherrschaft an sich reißen, und dann werde ich mir denken, warum habe ich dieses undefinierbare gelbe Ding in Agentum, oh, nicht aus dem Weg geräumt, boah, Kisasa, du hast ja einen sehr, sehr schwierigen Lieblingsort zum Chillen ausgesucht, sehr, sehr schwer, wenn die Kamera keine ekligen Sprünge macht, dann schaffe ich es zu dir, war ein NoPorn, da vor hohen Orten keine Angst haben, darum trainiert Kisasa tagsüber ganz viel, will echte Bergungslegende werden, und abends gibt's Grillankerschwanz im Bauchiknurrkantine, ist nämlich nahrhaft wie nichts anderes, wie nix anderes, wollen wir hier mal richtig bei den Wörtern bleiben, ne, so, da unten ist ein Gesprächspartner, war ich da schon mal, auf diesem Baikon, und wenn ja, wie komme ich da hin, boah, Nia, es tut mir voll leid, dass ich dich gerade so zur Seite schubsen musste, aber, ging nicht anders, ich habe jetzt hier nämlich ehrlich gesagt keine Lust runter zu plumpsen, ach doch, das war der, das war Limuli, war das glaube ich, die da steht, ich glaube, das ist diese Seite, kann jetzt natürlich auch falsch liegen, aber da war auch kein Stern dran, deswegen schätze ich, dass ich dort, äh, schon mit dem, mit der Person gesprochen habe, ich weiß nicht mal, ob es ein Nopon ist, ich wollte gerade sagen, dass ich mit dem Nopon gesprochen habe, so, bei der Uhrzeit, da musste ich auch so lachen, ne, ihr hattet mir irgendwie geschrieben, dass ich immer viel zu früh dran bin, und wenn ich ganz früh in die Morgenstunden gehe, dann sieht das Spiel das immer noch als Nachtzeit an, deswegen starte ich jetzt mal lieber um sieben, da sind wir uns glaube ich einig, dass das nicht mehr der Nachtmodus ist, ne, so, da haben wir den nächsten Schatz, boah, also schon allein dafür hat sich das glaube ich echt gelohnt, hierher zu kommen, guck mal, ich finde voll die geheimen Ecken, ich bringe zwar schon wieder gefühlt voll die Kamera zum Abstürzen, aber, das ist nicht meine Schuld, wenn die dazu programmieren, man will ja trotzdem zu den Schätzen gehen, ne, wenn die Entwickler einem dazu vorsetzen, dann muss man auch damit rechnen, das war jetzt allerdings nicht so, nicht so der Premium Loot, da hinten war ich auch noch nie, ne, boah, so viel Neues zu erkunden, also sehr faszinierend, aber immerhin weiß ich wenigstens so ein bisschen, wie das Spiel funktioniert, am Anfang war ich ja noch, äh, da ist ein Sammelpunkt, aber ich glaube, den kennen wir schon, oder? Ja, da unten sitzt die, sitzt die Dame, die uns damals was über die wirtschaftliche Situation hier erzählt hat, und wie wir die weiter pushen, ach, und guck mal, da unten komme ich auch an die nächste Kiste, ja sehr schön, aber erstmal will ich mit dir sprechen, hast du eine Sonnenbrille auf? Das ist wahrscheinlich eine Taucherbrille, ne? Tora hat klitzekleine Frage, Nunu? Was? Das ist der Nopon, von dem ich auch gelesen habe, in den Kommentaren, mein Bergungsrang, alles klar, Nunu? Oho, Freund hat schon von spezieller Fähigkeit von Mochichi gehört, gut informiert, Mochichi ist unter Bergungstauchern aufgewachsen, kann deshalb auf ersten Blick Bergungstalent einschätzen, Mochichi bietet deshalb Bewertungsdienste an, frei nach dem Motto, gerade heraus und kein Blatt vormund. Ja, na dann hau mal raus, welchen Rang habe ich denn? Tora erklärt, also. So, so, Freund will also Bergungstalent von Mochichi bewerten lassen, kein Problem, macht Mochichi gern, verlangt für Bewertungsdienst aber klitzekleine Gebühr, na, du wärst halt kein waschechter Nopon, wenn dem nicht so wäre, ne? Hm, Nunu, warum zieht Freund Augenbrauen so komisch hoch? Ja, weil ich Angst vor dem Preis hab, den du mir gleich nennen wirst, mein kleiner Freund. Mochichi Service ist jedes Goldstück wert, gibt bei Rangaufstieg außerdem kleines Belohnungsgeschenk. Freund also bereit, Gebühr für Mochichis Bewertung zu zahlen? Ja, 100 geht noch. Ich dachte, dass da jetzt was, keine Ahnung, 5000 aufwärts oder so kommt, das weiß ich nicht, ob ich das bezahlt hätte, weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass ich hier schon Rang aufsteige, aber mal gucken. Tausend Dank. Dann will Mochichi mal sehen, Rang von aufstrebendem jungen Bergungstaucher Rex ist... Glückwunsch Rex auf Rang 5. Ist aber kein Grund für Angeberei, in Mochichis Augen ist Rex noch junges Bergungstaucher Küken. Nein, ist sogar Küken ohne Federn, mit Rest von Eierschale auf Kopf, ungefähr auf selber Stufe wie Tibi Tibi. Es ist aber schon eine Beleidigung unserer Berufsehre, weil Rex macht das auch nicht erst seit gestern. Soll aber trotzdem, wie versprochen, Geschenk erhalten für Rangaufstieg. Rang 5 erreicht. Du bist nun ein Bergungstaucher Küken. Kann ich dann jetzt auch bessere Zylinder kaufen? Ich muss mir gerade ein Nasenloch zuhalten, weil ich sonst niesen muss. Sorry. Bergungslizenz Rang 5. Ja, aber wie äußert sich das jetzt? Bekomme ich jetzt, wenn ich mit den Standardzylindern, mit denen ich schon gearbeitet habe, nochmal Bergungstauchen praktiziere? Bekomme ich dann jetzt schon besseren Kram? Oder heißt das einfach nur, ich kann hochwertigere Zylinder kriegen? Von nächster Bewertung bitte mehr Erfahrung bei Bergungstauchen sammeln, dann wieder herkommen. Vielleicht kann Mochichi dann neuen Rang verleihen, für kleine Gebühr selbstverständlich. Boah, das wird am Ende, wird das Safe so teuer. Der wird wahrscheinlich für jedes Mal jetzt immer eine Null ranhängen, schätze ich. Freund will Bergungstalent bewerten lassen. Mochichi schon total gespannt auf Fähigkeiten von Rex besser geworden. Vorher muss Freund aber noch Gebühr bezahlen. Das geht eigentlich. Ich gucke mir das mal an, nicht, dass ich vielleicht den nächsten Rang schon mitnehmen kann. Tausend Dank. Dann will Mochichi mal sehen, neuer Rang von federlosem Bergungstaucher-Küken Rex ist... Rang 4. Glückwunsch zu Aufstieg. Ja, geil. Rex hat Zeit genutzt, um an Bergungstalent zu arbeiten. Übrigens, Bana auch nur Rang 4. Ist so wie Rex, bloß durchschnittlicher Bergungstaucher. Bergungstaucher. Aha. Du bist nun Bergungstaucher auf Bana-Niveau. Ich will aber Bergungstaucher auf, keine Ahnung, was für Niveau. Auf Rex-Niveau. Ich hab ein viel höheres Niveau. Ich hab voll die Erfahrung und so. Rex muss mehr Schätze bergen, kann danach wieder zu Mochichi kommen, zwecks Neubewertung. Vielleicht kann Mochichi dann neuen Rang verneinen. Für kleine Gebühr, selbstverständlich. Hier aber erstmal Belohnung für erfolgreiche Rangerhöhung. Geil. Meine ersten Goldzylinder. Hm. Fraglich, wo ich die als erstes einsetzen will. Vielleicht werde ich hier mal einen ausprobieren. Aber die Timingzeitfenster, die werden hier bestimmt richtig mies, wenn man einmal so einen hochwertigen Zylinder mitnimmt. So, ich lasse das Ding jetzt mal nochmal bewerten. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das nochmal klappt, aber das konnte ich mir vorhin die beiden Male ja auch nicht. Also, dann will Mochichi mal sehen, neuer Rang vom Bergungstaucher auf Bahnaniveau. Rex ist... Rex leider noch nicht bereit für neue Rangerhöhung. Hängt davon ab, wie wertvoll Schätze sind, die Rex sammelt. Ah, damit beantwortet er mir die Frage. Das heißt, je mehr wertvoller Kram reinkommt, desto eher erreiche ich hier den nächsten Rang. Okay. Erst mehr Schatztruhen bergen, dann zurück zu Mochichi kommen. Alles klar, Herr Kommissar. Das werden wir dann sicherlich zu gegebener Zeit tun. Wichtig ist erstmal, dass ich weiß, wo ich dich finde. So, dann lasst uns mal hier gucken. Hä? Bin ich gerade völlig blöde? Ist die Kiste jetzt über oder unter mir? Die ist unter mir. Alles klar. Ich habe mich gerade kurz erschrocken, weil von oben sah das safe so aus, als würde ich hier ohne Probleme hinkommen. Und das ist auch so. Nur mit den Ebenen. Da hapert es noch ein bisschen. Das sieht fantastisch aus. Geil. Oh, ich freue mich. Das könnte der erste Ort sein, wo ich keine Schatzkiste zurücklasse, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffnen kann. Ich bin den Entwicklern so dankbar, dass die das so programmiert haben, dass hier nichts runterfallen kann. Also Props an euch. Dankeschön. Euch gilt gerade meine Verbeugung. Muss ich einfach mal so aussprechen. So Kleinigkeiten machen. Mich halt glücklich. Das Thema hatten wir schon. So, hier ist auf jeden Fall niemand, mit dem wir quatschen können. Zumindest nicht um diese Uhrzeit. Das heißt, was werden wir jetzt tun? War ich hier schon mal? Ich bin jetzt schon wieder so komplett verwirrt. Aber ja, hier waren wir. Hier ist nämlich jetzt irgendwo der Sammelpunkt, dachte ich, wie jetzt hier überall einfach Leitern sind. Warte mal, ich probiere die hier mal aus, weil ich meine, dass ich von hier eigentlich gerade Hä? Okay, also manchmal ist die Kamera sehr komisch. Bin ich gerade jetzt wieder runtergefallen? Ich bin gerade wieder runtergefallen, wo auch immer das passiert sein soll. Ach so, das hier ist nur so eine Art... Ah, nee, dann war ich hier doch noch nie. Dann ist das hier ein komplett neuer Punkt. Weil auf so einem Bogen bin ich hier noch nicht lang gelaufen. Jetzt fallen die Items bestimmt runter. Das war so klar. Das war so klar. Und Hauptsache, ich nehme jetzt nicht mal das auf, was da oben noch liegt. Wetten, das ist jetzt verloren. Ey, warum bin ich gerade so... Ja, wenn ich schnell machen muss, dann klappt das hier mit der Koordination nicht mehr. Da liegt noch was. Da liegt noch was. Süßer Wasabi, den können wir doch nicht liegen lassen. Ach ja, apropos Taschen-Items, wollte ich ja sowieso immer mal wieder gegenchecken. Danke, Nia. Warte mal, das muss ich bei den Meistern gucken, nicht bei den Klingen. Oh, jetzt bin ich schon wieder mit einer leeren Tasche rumgelaufen. Das gibt es doch nicht. Okay, äh, was machen wir? Ich würde jetzt mal anfangen, hier hinten auf Items zurückzugreifen, weil hier bin ich, glaube ich, noch nie gewesen. Das ist aber scheinbar eher so teurerer Kram. Ich gehe mal auf das Holz-Imitat-Lendentuch. Okay, kein Favorite von irgendwem freigeschaltet und bei den anderen, da ist noch Zeug mit drin. Da muss ich also erstmal nichts tauschen. Ja, man lernt nie aus. Ich könnte mir natürlich auch eine Liste online irgendwo raussuchen und gucken, wer was am liebsten mag. Aber eigentlich mag ich den Überraschungsmoment auf meiner Seite. Das Blöde ist halt nur, dass ich mir halt auch nicht merken kann, was ich bei welchem Meister schon probiert habe und was nicht, ne? Das ist so ein bisschen, sollte man sich vielleicht irgendwie notieren oder so, keine Ahnung. So, und hier ist dann der nächste Sammelpunkt. Alles klar, da sind die Leitern. Tatsächlich kein Ersatz für die Treppen oder für die eine neue Treppe, die ich jetzt neu besteigen kann, sondern die führen mich einfach zu neuen Sammelpunkten. Ich muss jetzt trotzdem auf der Seite auch nochmal gucken, ob wenn ich weiterlaufe vielleicht irgendwas anderes noch mitnehmen kann. Kann ja sein, dass man hier am Ende vielleicht noch eine Kiste oder irgendeinen Fass oder sowas hat. Kommt man hier noch um die Ecke? Ja, ging das von der anderen Seite auch? Ich würde das ja fast verneinen, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Wo zur Hölle bin ich denn hier jetzt? Hier hätten sie aber auch eine Kleinigkeit hinpacken können. Das ist schon so ein bisschen frickelig, sich bis hierhin durchzuarbeiten. Hm, na gut, dann lassen wir das erstmal so. Bei Dings hier ist gerade wieder was Neues aufgefüllt worden. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier... Dann ist mein Item und zwar verloren. Aber ich würde trotzdem mal schauen, ob wir hier nicht was anderes hinbekommen. Wobei, was hat der jetzt nachgedingst? Irgendwas Brotiges oder Toastiges. Wie heißt denn diese Kategorie? Das sind, glaube ich, Grundnahrungsmittel. Aber Poppy wird ja so einen Zuneigungswert jedes Mal erhöhen, wenn er das nachfüllt. Deswegen ist das vielleicht nicht die schlechteste Option. Ich lasse das jetzt erstmal drin. Ich weiß noch nicht so zu 100% wie das funktioniert, aber es wird Poppy auf jeden Fall nicht von Tora wegbringen. So viel steht fest. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Wo bin ich jetzt schon gewesen? Hier draußen war Nopon Aerobic. Ne? Hä? Ne, scheinbar nicht um diese Uhrzeit. Oder war das gar nicht? Ach, da sind sie. Alles klar. Voll nachträglich aufgeploppt hier. Ich überfordere das Spiel. Ich glaube, das will es mir damit sagen. Warte mal, hier geht es ganz nach oben. Ich würde aber eigentlich ganz gerne erstmal diese Ebene nochmal abchecken, denn hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Hier kann man auf jeden Fall auch hochklettern. Holy shit. Hier bin ich jetzt auf dem Flugdeck und hier gibt es einen Bergungstauchpunkt. Da ist eine neue Gerüchtefee. Okay, jetzt habe ich schon wieder Angst um mein Geld. Und da oben gibt es einen Gesprächspartner. Ist das das Einzige, was man da oben mitnehmen kann? Boah, Leute, ich glaube, wir werden Agentum heute doch nicht verlassen. Ich hätte niemals gedacht, dass das hier noch so derart weitläufig ist, aber ich finde das hier ganz cool. Da kann man rüberspringen. Boah, ey, so viel zum Thema. Hoffentlich ist hier eine Sackgasse. Hallo, Tonadon. Äh, ja, das mit Kontora muss ich nicht vorlesen. Generell bei den ganzen Charakteren an dem Punkt war ich ja schon mal, ne, weil die eh immer das Gleiche sagen. Tonadon hat gehört, dass Moor Ardain hochmoderne Technologie einsetzt. Mit Technologie aus Ardain könnten Goldmund-Reparaturen flitzeflink abgeschlossen werden. Wahrscheinlich hundertmal schneller als mit Tornados-Methoden. Ne, nicht Tornado, sondern Tonadons-Methoden. Wollen wir mal sauber bleiben hier. Aber Moment, dann hätte Donadon keine Arbeit mehr. Ist Zwickmühle. Ja. Willst du deine Arbeitskraft gegen Motorisierung und Automatisierung austauschen? Wohl kaum. Sei also froh, dass du noch machen kannst, was du aktuell tust. So, ich gucke jetzt hier weiter. Ja, ne, auf eine Sackgasse komme ich hier nicht. Vor allem auf eine Sackgasse. In eine Sackgasse. Oh, hier gibt es ein Sprungpunkt. Bist du vielleicht doch eine Sackgasse? Boah, wo man hier überall langlaufen kann. Ey, das ist echt der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich finde das krass, wie frei begehbar die Welt ist und wie frei von Bugs dieses Spiel einfach trotz alledem ist. Also, ihr hattet mir zumindest geschrieben unter das Video, wo ich für einen kurzen Moment dachte, dass ich einen Bug hatte. Beim Resonieren, ihr erinnert euch, bestimmt in Garfont, war das, meine ich. Ich wollte doch noch zurück. Ach nee, Garfont ist meine Hauptquest. Ach, ich bin doch schon wieder, ich habe jetzt hier nur wieder anderes Zeug markiert, ja, weil die Mission auch noch offen ist, wo ich nicht weiß, wie ich in Uraya weiterkomme. So viele Sachen gleichzeitig. Nee, aber normalerweise sind Spiele, die halt so ein, so eine riesige frei begehbare Welt haben. Da hast du immer mal irgendwie einen Freeze oder sowas oder da brechen die Frames mal ein und dieses Spiel, das spielt sich irgendwie so sauber. Du hast gefühlt diese ganzen, diese ganzen Probleme hier nicht und das feiere ich irgendwie. Also irgendwas machen die, machen die besser als, als viele andere Entwickler, die da so Probleme haben. Vor allen Dingen bei den Bethesda-Spielen, ne, wenn ich so an Skyrim, an Fallout denke, da hatte ich regelmäßig Abstürze, obwohl ich die Spiele sehr gerne mag, ne, so das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, aber ein bisschen nervig war das schon. So, ich gucke jetzt mal, dass ich das Windelement hier irgendwie noch reinbekomme. So, das sollte dann damit erledigt sein. Warte mal, war ich jetzt auf der Seite schon? Äh, ach nee, da habe ich Joks gerade eben gesehen. Alles klar. Ja, ich muss mir jetzt nur irgendwie merken, wo ich noch hin wollte und, äh, wie ich dann am besten da auch hinlaufe. Wo zur Hölle bringst du mich jetzt hin? Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Okay. Goldmund Dach. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Wehe, ich komme da diesmal nicht rein. Bestimmt kommt. Oh, Schreintor. Ich glaube, ich habe so ein Ding schon mal irgendwo gesehen. Auf Melnets Schulter war das, meine ich. Warum komme ich da nicht rein? Also scheinbar brauche ich auch kein Talent oder sowas dafür. Aber der sagt mir auch nicht, dass irgendwie ein Schlüssel oder sowas fehlt. Ich habe keine Ahnung. Boah, war es Schlösserknacken 4? Da bin ich, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Das ist ja voll schade. Jetzt gehe ich hier voll mit leeren Händen raus. Ich meine, das war jetzt nicht der Ultra-Arbeitsaufwand, da die Windelemente noch reinzuballern. Aber so eine kleine Belohnung hätte ich hier schon ganz schön gefunden. Aber na gut, dafür wird der Schatz wahrscheinlich richtig Premium sein, wenn man dann irgendwann mal Schlösserknacken Stufe 4 hat. Ich werde mir gleich nochmal, äh, kurz die Zeit nehmen. Boah, da unten schon wieder so viel nachzugucken und zu checken und alles und überhaupt. Ich müsste jetzt aber auch langsam mal ein paar NPC-Sidequests erledigen, weil ich brauche für die nächste Vertrauensstufe bei Perun muss ich ein paar Nebenquests erfüllen. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, seit ich mir die Harmonieringe mal so ein bisschen genauer angeguckt habe. Na gut, ich gucke erst mal, dass ich jetzt hier meine Klingen wieder zurückdingse. Ja, ich habe jetzt nochmal geguckt. Also Cora ist tatsächlich die Einzige, die Schlösser knacken kann. Habe auf so ein kleines Wunder gehofft, keine Ahnung, dass ich vielleicht irgendwas übersehen hatte oder nicht mehr auf dem Schirm hatte oder so, aber nö, war nicht der Fall. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch Klingen hätte entlassen müssen. Diesmal habe ich wenigstens zwei Sekunden früher dran gedacht, wird mir wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem nicht helfen. Aber mindestens einmal kann ich resonieren, das ist schon mal gut. Also Rex, Daumen sind gedrückt, gib alles. Ja, Rex hat scheinbar nicht so viel Bock, aber Shira, Yuri ist vielleicht auch so ein Indikator dafür, dass die ihre jetzigen Spezialklingen ganz lieb haben und die einfach nicht austauschen wollen, was ich auch ein bisschen verstehen kann. So, also Shira, Yuri kann ich auf jeden Fall wieder raushauen, wenn ich Platz brauche, wenn man vom Teufel spricht. So, jetzt aber. Ein Slot sage und schreibe ein Slot habe ich jetzt freigelegt. So, ich werde jetzt mal den Empathieverstärker hier wieder mit einbauen und dann gucken wir, ob Nia vielleicht ein bisschen mehr Glück hat als der gute Rex. Ne, leider nicht, aber Arufumi haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Du warst noch nie in meinem Team. Arufumi, du hättest dich mit mehr Krönchen hier sicher besser behaupten können. Infos sammeln. Boah, weißt du, wenn du jetzt so Schlösserknacken Stufe 2 noch mitgebracht hättest? Ey, das wäre mal sowas von mega Premium. Dann hättest du dich auch eine Weile häuslich bei uns einrichten können, denn dann hätte ich an dir festgehalten. Aber so wird das aus uns beiden nicht. So leid mir das auch tut. Na gut, dann komme ich jetzt hier erstmal nicht weiter, das ist in Ordnung. Damit habe ich dann aber so gesehen meine Sackgasse hier, wenn man so will. Ich werde jetzt hier mal runterspringen, weil ich ansonsten keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Wahrscheinlich, ja, ich hätte einmal um das Hauptdeck, also um dieses, äh, um dieses, wie ist das? Um diese, nee, da hätte ich rumlaufen müssen, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt gar nicht, weil von da wäre ich gar nicht auf diesen Balkon hier gekommen, weil so vielleicht nicht so verkehrt sich fallen zu lassen. Hallo, Jocks. Ach, du bist ein Phonix. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Oh, ist das bitter, dass ich jetzt mit dir nicht sprechen kann. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz schauen, äh, was ich brauche, um hier auf die Stufe 2 zu kommen. Ach, ich müsste den nächsten Ring überhaupt erstmal, erstmal freischalten und dafür ist was erforderlich? Die Vertrauensstufe zu erhöhen. Okay, schade eigentlich. So weit bin ich davon aber nicht mehr entfernt. Ich befürchte trotzdem, dass ich nie wieder, mich hier nie wieder runterfallen lassen werde und dass das Thema wahrscheinlich, wahrscheinlich für immer gestrichen wird. Es sei denn, ich denke da zufällig dran oder komme mir zufällig nochmal vorbei. Komme ich da irgendwie rauf? Das sieht auch so auffällig aus, aber ich habe hier keinen Sprungpunkt oder so gesehen. Hallo, Rododo. Auch eine Bergungstaucherbrille oder was? Nopern legen immer Wert auf große Effizienz. Liegt vielleicht daran, dass meiste Noporn-Händler sind? Sieht man jedenfalls auch bei Zubereitung von Noporn-Mampf. Hat er gerade Mampf oder Mampfi gestanden? Erst massiglich Öl, dann Bratbrat bei Riesenflamme, schon ist Mampf essbar. Ist flitzeflink fertig und dazu noch nahrhaft? Kochkünste von Noporn sind Paradebeispiel für Noporn-Effizienz. Spezialität von Rododo ist übrigens Zubereiten von gebratenem Reis, während Rododo historische Dokumente liest. Ist nur blöd, dass wichtige historische Dokumente dadurch am Schluss immer voller Öl sind. Oh Mann. Was ein Chaot. Aber ein vielseitig interessierter Chaot. Ich mag den irgendwie. Ich weiß auch nicht. Kann mir das bildlich einfach so gut vorstellen. Wie der, ja keine Ahnung, sich irgendwelche wichtigen historischen Dokumente zu Gemüte führt und gleichzeitig alles mit Öl beschmallert. Ist schon wieder so ein gelbes Wesen. Aber du bist ein Noporn. Dieses andere komische, unidentifizierbare Feeder von vor ein paar Minuten. Das, das war definitiv kein Noporn, würde ich sagen. Oh, guck mal, wie geil der aussieht. Was bist du denn für ein niedliches Ritter-Nopornchen? So, warte mal. Hier oben habe ich gesehen, dass es hier einen Sammelpunkt gibt. Genau. Die nehmen wir jetzt erstmal mit. Da hinten ist auch nochmal einer. Bekomme ich hier keine Bonus-Items oder was? Was ist denn das für eine Kategorie? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht Fisch, weil sonst würde sich Nimm einschalten und bei Pflanze schaltet sich Dromark ein. Naja, aber ich hatte doch so viele mehr Sachen, glaube ich, irgendwie noch. Kein Plan. So, wir gehen jetzt hier erstmal wieder auf sieben Uhr zurück und dann werde ich mal anfangen, links alles abzusuchen, so wie es sich für ein waschechtes Nigoja-Let's Play gehört. Bin ich da hochgeklettert? War das die Route, über die ich... Hä? Okay, okay, wow. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wo ich schon war und wie ich beim letzten Mal gelaufen bin. Ich komme hier ständig von meinen Routen ab. Boah, was? Zweimal Stufe 5, was ist das bitte für eine krasse Tür? Was bewachst du hier, kleiner Nocon? Was bewachst du? Ah, ich weiß jetzt aber, wo ich bin. Guck mal, dann laufe ich jetzt hier nämlich die ganze Zeit brav links rum und versuche das jetzt so ein bisschen als Ankerpunkt zu nehmen. Ah, nein. Ich wollte aber unbedingt heute noch mindestens einmal Bergungstauchen mit einem Goldzylinder machen. Ich weiß nur nicht, ob ich das schaffe. Bei... Ach doch, hier bin ich schon mal hochgeklettert. Alles klar. Ich dachte, jetzt erstürzt er ganz hinten runter. Das wäre jetzt ein bisschen unglücklich gewesen. Aber ich muss leider hier nochmal gucken. Es tut mir leid. Kann natürlich sein, dass ich jetzt gleich komplett runterplumse. Komme ich nochmal zurück? Nein! Nein! Ich wollte doch nur den Rückweg antreten. Wo bin ich? Wo bin ich? Wer sagt mir, wo ich lang muss? Wohin führt mich meine Reise? Nee. Ach doch, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Wir sind nicht weit weg von meinem Absturzpunkt. So. Wenn wir Dark Souls spielen würden, würde ich jetzt sagen, ich muss nach meiner Leiche suchen. Aber so brutal ist das Spiel Gott sei Dank nicht. Ich möchte nicht nach Rex Leiche suchen, okay? Nicht falsch verstehen. So. Boah, was eine Aussicht. Einfach nur schön, oder kleiner Nopon? Was sagen sie? Ich mag Agentum deshalb einfach auch so unfassbar gerne, weil es hier so viele Nopons gibt. Ich bin nur nach ein paar Agentumpars immer super schnell heiser. So. Mumufa, was geht? Du wirst mich jetzt sowas von pleite machen, oder? Mumufa mag Odd hier sehr gern, kann auf Dinge hören, die nicht für eigene Ohren bestimmt sind. Freund interessiert an Informationen. Ja. Mhm. Was ist das denn? Das Monster wurde im Meer beim Ödland von Chansak gesehen. Von Chansak. Das habe ich aber irgendwann schon mal gekauft. Ich bin beruhigt, dass ich das hier auch mal so in der Form sehe, dass der sich scheinbar auch merkt, was ich mal gekauft habe, weil das war immer so meine große Sorge. Ich habe nämlich hier jedes Mal das Gefühl, Geld für was auszugeben, wofür ich schon mal Geld ausgegeben habe. Aber wir gucken mal. Wenn du Feinde von hinten angreifst, steigt deine Trefferrate. Äh, ja. Auch hier habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal gelesen habe. Spezialtechniken einer Klinge starten eine Klingenkombo. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich das jetzt hier zum ersten Mal lese. Vorsicht beim Erkunden. Solange du deine Waffe nicht gezogen hast, erleidest du größeren Schaden. Das ist ein Hinweis, den ich vor nicht allzu langer Zeit auch den Kommentaren entnommen habe tatsächlich. Äh, muss ich ein bisschen mehr Obacht geben. Je höher das Vertrauen, desto beständiger ist die Meisterklinge-Harmonie. Äh, ha. Gasthäuser. Übernacht in Gasthäusern, um deine Stufe zusätzlich zu steigern. Müsste ich übrigens auch mal wieder machen. Vertreib deine Klinge. Gestank. Vertreib deine Klinge. Ist sie zu weit weg, sind Spezialtechniken unmöglich. Das ist ja blöd. Ja, Stinky, Stinky ist nix. Guti, guti. Von hinten angreifen. Manche Pfeile greifen auch nach, greifen auch nach hinten an. Also sei auf der Hut. Das haben wir bestimmt irgendwann schon mal live erlebt. Provozieren. Wenn ein Gegner dich provoziert, kannst du dein Ziel nicht mehr ändern. Ja, das habe ich auch in dem einen oder anderen Kampf tatsächlich schon erlebt und daran erinnere ich mich sogar. Bergungstipps 1. Auch bei perfektem Timing findest du manchmal nur Schrott. Pech gehabt. Ja, danke für diese zusätzliche Motivation, für die ich jetzt auch noch Kohle ausgegeben habe. Bergungstipps 2. Mit guten Zylindern findest du mehr seltene Schätze und weniger Monster. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Tugenden und Klingen. Denn je höher deine Tugenden, desto eher erwächst du starke Klingen. Sorry. Stimme weg. Ähm. Wie erhöhe ich denn meine Tugend? Ich erinnere mich dunkel an diese kleinen Fenster, die manchmal aufploppen und mir mitteilen, dass mein Tugendwert gestiegen ist. Ich glaube, ich muss einfach diese Harmoniebäume meiner meiner Klingen weiter ausbauen. Und da sind auch irgendwie Tugendwerte mit dabei. Oder ist Tugend eine ist das nicht vielleicht sogar die ganze grüne Kategorie? Ich muss das mal immer ganz kurz angucken, wie das hier aussieht. Weil das wurde doch auch irgendwann mal so gesagt, dass... Warte mal. Ja, das hier, siehste, habe ich richtig in Erinnerung gehabt. Das hier ist quasi der Tugendbaum. Weil hier haben wir... Ah ne, das ist auch Tugend. Okay, also Fakt ist, ich bekomme immer wenn ich hier was freischalte, einen Tugendboost. und je weiter man dann voranschreitet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, seltener Spezialklingen zu kriegen. Das ist gut zu wissen. Also ich meine, ich bin ja sowieso gerade voll dabei, das nach und nach alles abzuarbeiten. Ich weiß nicht, war das in der letzten oder in der vorletzten Folge, wo ich offscreen ein bisschen was dafür gemacht habe. Das war also durchaus auch zielführend für das Thema neue Spezialklingen bekommen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, warum habe ich hier nichts? Wahrscheinlich, weil ich zur falschen Uhrzeit hier bin, ne? Aber ich will mich jetzt nicht in das Kuddelmuddel schmeißen und jetzt hier für jedes Fleckchen einzeln nochmal an der Uhr drehen. Ich werde hier ganz grob nochmal durchlaufen, wenn ich einmal durch bin mit der Erkundung. Das werde ich heute aber nicht mehr schaffen. Und dann nochmal auf Nachtmodus stellen und dann nochmal gucken, ob wir hier neue Gesprächspartner oder vielleicht sogar Questgeber haben. Aber tagsüber scheint hier relativ wenig los zu sein. Ich meine, hier stehen überall Leute rum, aber die möchten nicht mit uns reden. Da hinten ist aber ein Auftraggeber. Vor dem Hintergrund, dass ich neue Aufträge für Perun brauche, ist mir das gerade ganz lieb. Darf ich einen neuen Verstärker bekommen? Zwei sogar? Also mindestens zwei, wenn ich mich gerade irgendwas noch übersehen habe. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ah, da ist der Bergungspunkt, liebe Leute, den werden wir aber in der nächsten Folge machen, denn ich möchte jetzt hier mit Panpan gerne nochmal sprechen. Hallo Panpan. Ui, 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 ui. Alles okay? Alles miss, alles doof. Panpan ist kurz davor, 40 Flugstunden voll zu machen, sind nötig, um Fluglizenz ohne Einschränkung zu bekommen. Panpan träumt davon, an Steuer von eigenem Schiff ganz alle Rest zu bereisen und leckere Sachen zu essen. Groh, Nunu, aber jetzt will dämonischer Chor aus Bauchi Panpans Träume kaputt machen. Was? Dämonischer Chor aus Bauchi, alles klar. Bauchi Dämon frisst Panpan von innen her auf. Wie, jetzt hat der irgendwie einen Bandwurm oder was? Äh, Sprachalgorithmen lassen Poppy im Stich. Kann Rex bitte klugen Spruch sagen und Gespräch retten? Wie jetzt ich? Oh Mann, mir fällt aber gerade auch nichts Taktvolles ein. Hunger, Panpan muss essen, egal was. Äh, auf in die Lüfte. Also zu essen haben wir ein bisschen was bei uns. Kann ich dir das direkt mitgeben? Ja. Sag mal. Ah, guck mal hier. Ähm, im Besitz fünf. Warte mal, hier habe ich irgendwann irgendwann zehn. Ich guck mal, wovon ich am meisten habe, aber das wird ja auf dieses Parfait hinauslaufen. Bitteschön. Noch mehr? Hallo? Bauchy sagt Danke, Porn, aber Panpan ist nicht so richtig satt. Während Freunde Lecky, Schmecky, Happy sehen, bitte zu Panpan bringen. Ja, ist jetzt die Frage, wie viel willst du denn? Ist irgendwie ein bisschen komisch, dass er das da unten nicht anzeigt. Ach, warte mal. Nee, hä? Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das jetzt hier läuft, aber ich würde jetzt hier noch ein bisschen was rausgeben. Oder muss ich ihm von allem eins geben? Nee, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht massiv mein Geld rausschmeiße. Ich gehe jetzt mal hier auf 5 in meinen Besitz runter. Der ist immer noch nicht satt. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Angst, dass ich ihm jetzt irgendwie alles gebe, was ich habe und der ist dann immer noch nicht satt, weil ich irgendwie das System dahinter nicht verstanden habe. Ach, da unten links ist eine Fortschrittsleiste. Boah, ich muss ja zu was sagen. I'm very sorry, Leute. Es tut mir wirklich sehr leid. Es tut mir leid, wirklich, 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 glaubt mir bitte. So, ich gehe jetzt überall einfach auf 3 runter, aber auch nur bei Sachen die in Seltenheitswert von, nee, warte, ja, ich wollte gerade sagen, die einen Seltenheitswert von 1 haben. Zumindest, solange ich mir das noch leisten kann, aber das sieht ganz gut aus. Und dann hoffe ich auf den großen Moment, also jetzt bin ich schon durch, nee, warte mal, da muss ich jetzt leider auch an die 2er ran. Ach, aber die geben auch deutlich mehr. Das finde ich echt fair gelöst. Dann kriege ich da noch mal eine Pilzpastete und damit ist er dann auch satt. Uff, aufs Bauchivoll, kein Platz mehr, Bauchidemon ist weg, endlich kann Panpan wieder Flugstunden nehmen. Äh, geschafft, oder? Hat Tora jetzt Poisin verdient? Meister Pon war sehr fleißig, nicht so faul wie sonst immer, Poppy findet Poisin ist verdient. Danke, Pon, freundlicher Freund, nach Erfüllung von 40 Flugstunden wird Panpan erkenntlich zeigen. Ja, cool. Nun, 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 Bauchidemon hat ja wohl auch Panpans Zeitgefühl aufgefressen. Panpan hat noch 39 Stunden und 55 Minuten Flugtraining zu absolvieren. Am besten gleich bis Gormod fliegen. Okay, Panpan muss sofort los. Also bin ich auch immer, ne, nach dem Essen immer voller Energie, aber auch nur für 5 Minuten, bis dann das Suppenkoma einsetzt. Auf in die Lüfte, Mission aktualisiert, alles klar. Ja, irgendwas sagt mir, dass wir Panpan nicht das letzte Mal gesehen haben. Und mich würde es freuen, wenn wir ihn nochmal füttern dürfen, auch wenn ich jetzt meine Vorräte so ein bisschen andingsen musste, anknacksen musste. Gut, ihr Lieben, wir werden die nächste Folge direkt mit einer Bergungstauchaktion starten. Ich hoffe, dass sie eher zu guten Laune als zu schlechten beiträgt, wenn ich das eben nicht versemmle. Das ist der große Plan. Und ja, da werden wir uns weiter hier in Argentum umsehen und dann wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, diesen Ort auch abschließen. Und da muss ich mal gucken, was ich im Anschluss mache und alles und überhaupt. Es ist schwer, das aktuell zu prognostizieren, weil das hier halt alles so riesig und so umfangreich ist und alles und überhaupt. Aber ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschau!